Über die Jahre wurde die T-MIC öfter umstrukturiert und 1996 auch mal zum Kompetenzzenter erklärt. Mein damaliger Chef war stark zuckerkrank und mochte kein chinesisches Essen. Ich schon, darum lud man mich zum Essen in ein Shanghaier Restaurant ein, wobei mir das Ganze eher bayerisch vorkam. Ach ja, und nebenbei sollte ich noch den Serienanlauf im neu gegründeten T-MIC-Werk betreuen. Kein leichter Job. Dort gab man mir den Namen Langnase, was ja eigentlich auch stimmte. In der Stadt sah ich, wie man alte Häuser abriss und eine Skyline vergleichbar New Yorks aus dem Boden stampfte. Erbaut aus den Tränen des Volkes, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich sah, wie China der Rote Drache erwachte und zur Weltwirtschaftsmacht aufstieg. Ich war mittendrin und half auch noch dabei. Es war die Stunde. Ich war mittendrin und half auch noch dabei. Ich war mittendrin und half auch noch dabei. Dienst und half auch noch dabei. Wir sind sondern seitens bin dimensions. Ich war mittendrin und half auch noch dabei. Untertitelung des ZDF, 2020